hallo ist martin von money monkeys dass die dax analyse für freitag den 17 11 2023 und unserem dax ist hier ein bisschen was ins gesicht geflattert am donnerstag so dass er jetzt durchaus ein bisschen aufpassen muss wir sehen auch vom bewegungsverhalten ein abbremsen der trenddynamik also wenn wir uns die kerzen angucken dann haben wir eine schöne markante ausbruchskerze das muss auch so aussehen im ausbruch da hat er schön fulminant nach oben rausgestellt dann noch einen vollen prächtigen grünen kerzenkörper gestellt und jetzt sehen wir eine bewegung etwa gleichen ausmaßes bei dem aber das tageshoch dann nicht mehr auf tageschlusskursniveau erhalten werden konnte auch wenn es für meinen geschmack trotzdem noch sehr hoch ist also wer unsere letzte premium mail bekommen hatte und er hat dort gelesen dass wir um 5 5 unter 15 800 den eigentlich haben schließen wollen sehen ist das ein sinnvoller satz aber ihr wisst was ich meine ja also hätte gedacht er geht noch unter 15.800 raus lass ihm das mal durchgehen 15.817 ist ein tag drüber aber mir geht's um 61 retracement also hier von der bewegung muss man sich auch mal auf der zunge zergehen lassen da dax hat jetzt in gut und gerne knapp zweieinhalb wochen einfach mal 61 prozent der bewegung der letzten was sind das drei monate gemacht august september und oktober und er hat einfach mal in zweieinhalb wochen ein 60 prozent der bewegung davon auskonsolidisiert das ist eine ganze menge das ist auch deutlich sportlich und das spricht auf jeden fall für eine gute trend dynamik und für eine gute trendkraft die jetzt hier aber an der stelle ein bisschen nachlässt und da würde ich jetzt einfach ein bisschen genauer hingucken auch insbesondere dieses gegen den trend handeln was wir gestern auch noch mal thematisiert hatten natürlich daneben auch wichtig in dem moment wo der trend dann anfängt ein bisschen zu wackeln und auch vielleicht umzudrehen oder zu kippen und wenn es auch bloß für eine kurze kleine gegenbewegung ist sollte man da besonders aufmerksam sein weil erfahrungsgemäß viele die jetzt hier die ganze zeit short gehandelt haben genau dann anfangen long zu handeln und wir haben das heute auch schon bei uns im chat beobachtet also insbesondere habe es habe ich wahrgenommen dass eine person die sehr aktiv die ganze aufwärtsbewegung immer wieder short möglichkeiten vorgestellt hat auch short möglichkeiten analysiert hat jetzt plötzlich angefangen hat nach oben raus auch das gäbe so ein bisschen an zu peilen und noch aufwärtsmomentum wahrzunehmen das natürlich gefährlich ja also und so was einer macht machen das auch zehn wenn das zehn machen machen es auch 100 ja und wenn sich das im handeln auch widerspiegelt muss man hier ein bisschen vorsichtig werden halt rein aus dieser ich sag mal ein bisschen kontraindikativen sichtweise der der wahrnehmung der leute halt na und deswegen möchte ich das ein bisschen extra betonen damit es euch eben nicht so geht dass wenn uns jetzt der freitag wirklich anfängt wegzudrehen dann plötzlich alle der meinung sind sie müssen jetzt hier die großen longs rausholen aber sie doch die ganze zeit im aufwärtstrend nicht dabei waren und dann sitzen sie hier am beginn der ersten paar tage gegenbewegung verkehrt rum drin obwohl sie ja vorher die ganze zeit short drin saßen den vielleicht noch am besten falle oben im top abgebrochen haben na das wäre so klassiker ja und deswegen hier einfach jetzt ein bisschen genauer hingucken das sind super interessante bereiche um die 800 rum wo aus der markt auch gut und gerne haben wir gestern schon gesagt hat noch mal einen ganzen meter auch zurücksetzen kann und mir würde dabei schon reichen wenn er am freitag unterhalb der 15.800 notiert wird ihn quasi ganztägig unterhalb von 15.800 eher nach unten analysieren ja also über den tag alles was dann unter 15 800 geht unter 15 87 hätte für mich einen schönen schönen bewegungsspielraum auf die auf die hochs hier drauf das wäre dann erstmal so bereich 57 7 10 27 ja gerade so 57 27 das wäre wohl so die erste anlaufstelle und dann haben wir hier auch naja ich sag mal den unteren bereich so der dann um 6 50 rumkommt 6 50 bis zweifel 6 25 vielleicht sogar auch eine 550 aber das glaube ich nicht ich denke eher dass wenn er nach unten arbeitet er noch nicht ganz so sportlich anläuft sondern dass es eher träge wird dass das vielleicht auch ein ganz schönes geschiebe wird könnt ihr mir auch vorstellen dass es auch tagesebene wenn er umdreht vielleicht sogar noch eine kleine unsicherheits kerze braucht in form eines dojis oder irgendwas zur seite aber so wie er steht rein auch von der kerzen folge auch von der ausprägung der menge der grünen kerzen wird ich hier tatsächlich jetzt einen roten kerzenkörper erwarten mit tagesschluss auf 67 bin mal gespannt ob das bringt aber ihr hört auch 67 bis unter 800 nicht viel das sind 40 punkte ja und dementsprechend kann das sein dass er intraday halt wirklich viel schiebt halt und vielleicht auch mal unten stehe ich dann aber wieder ein bisschen zu hoch kommt am abend und sich irgendwie versucht noch so auf 67 vorzukämpfen aber das würde hier für den fall einer umkehr sehr sehr gut reinpassen und deswegen müssen im blick behalten hier bereich 57 bis 27 und dann auch noch mal unten hier so 6 56 6 30 6 6 50 6 25 das ist auch noch mal eine schöne zone und auch die 55 aber wie gesagt würde ich vielleicht noch gar nicht mal für den freitag kommen sehen wenn er den schwach notiert sondern eher so ein leichtes antasten erst mal nach unten um ein bisschen wieder rein zu kommen er muss auch die leute jetzt irgendwie long reingekötet kriegen als der freitag darf jetzt nicht brutal schwach aussehen sondern sollte er die leute noch motivieren dass die da alle unbedingt noch mal long wollen und dass er dann montag weg kippen kann das würde er üblicherweise so auch machen ja unser dax und das soweit die betrachtung im falle einer umkehr und im falle der dax handelt uns unter 15.800 ist wichtig denn jetzt kommt das aber viele verstehen meine analysen immer so wenn ich sechs minuten darüber spreche dass der markt nach unten gehen kann und eine minute darüber spreche dass er nach oben kann er denken immer viele die wahrscheinlichkeit ist jetzt unheimlich hoch dass der markt fällt ganz ganz großes nein wenn ich mehr zeit dafür aufbringe dann weil ich wie ich eingangs erwähnt habe und denke dass in einer bestimmten bewegungsrichtung mehr leute probleme bekommen könnten und stelle deswegen diese möglichkeiten alternativen ein bisschen ausführlicher vor das heißt aber nicht dass es wahrscheinlicher ist dass er umkehrt ja punkt das heißt nicht dass es wahrscheinlich dass das umkehrt wenn er aber unter 15.800 geht würde ich erwarten dass dieses bewegungsverhalten eintritt bleibt er bei 15.800 würde ich auch selber definitiv jedenfalls auch sogar auf nochmal neues auf neuem hoch nochmal neuen lang ziehen ja weil er dann weiteres bewegungsspielraum ausschöpfen kann bis gut und gerne 15 49 und sogar schon 16 20 ja ist aber nicht kompliziert muss ich nicht viel darüber sprechen wir haben einen intakten aufwärtstrend das heißt steigt der markt weiter legt der neue hochs rein das kriegt er hin zumindest wenn er nicht wie die lemminger einfach nur blind dagegen ballert einfach in die nächsten ziele rein handeln und oben rein und das erst mal mit diesem umkehren mit der der umkehrmöglichkeit abhaken zurückstellen und erst anwenden wenn der markt wirklich anfängt ein bisschen schwach abzukleckern ja das ist mir immer ganz ganz wichtig weil das ist so ich glaube die häufigste form wie meine analyse falsch für sich selber verarbeiten kann ja weil ich das oft mache dass wenn ich irgendwo denke dass die leute mit einer bestimmten bewegung probleme bekommen könnten dann gebe ich mir besonders viel mühe die ausgiebig zu erklären und die leute sind dann total davon überzeugt dass es aber kommt weil ich das so detailliert und so tiefgreifend erkläre dass sie glauben dass es das wirklich wahrscheinlichste szenario für den nächsten tag aber das ist nicht so gemeint ja dann ist es einfach aufwendiger zu erklären es dauert länger und deswegen würde ich das erwarten das würde hier gut reinpassen in den tag statt ob es muss eben kommen und es kommt erst wenn uns der markt über 15 unter 15.800 abklickert macht er das nicht drückt oben weiter rein ist es kein grund hier drin rumzuschorten weil dann haben wir die grundlage noch nicht dann haben wir die basis nicht und dann kann auch locker noch weiter die 9 40 steigen kann er noch in die 16 20 steigen und mein gott dann kann er sogar das gäbe noch direkt reinsteigen aber erst sind die zählen auch kleinere kerzen sollten uns dafür vorbereiten uns auch damit zu beschäftigen wie bewegt sich der markt denn jetzt wenn er jetzt umdrehen würde und das habe ich euch eingangs vorgestellt würde man aber unter 15.800 dann auch erst sehen haben muss also ein bisschen schwach auch ein start in den tag okay mit viel mühe gegeben wer ist jetzt nicht verstanden hat der hat pech gehabt der hat pech gehabt okay also ich mache hier die analyse zu wünsche ich ein gutes gelingen zum freitag wünsche euch auch schon mal ein schönes wochenende und dann hören wir uns spätestens am sonntag wieder für die analyse zum montag macht was draus